Servus und habe die Ehre zu einem neuen kleinen Video hier vom YouTube-Kanalchen. Wie ihr seht, heute ist ein Ausflugstag. Wir waren erst an der Valhalla bei Regensburg. Wunderhübsche Sache, wunderhübsch hergerichtet. Leider war zu viel los, um wirklich reingehen zu können. Andererseits, es sind über 30 Grad. Wir schwitzen uns hier gerade zu Tode. Aber es war gerade noch so ein bisschen schön hier. Auch hier mit diesem schönen Flüsschen im Hintergrund. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt hier mal mein kleines Videochen. Denn es geht auf eine neue Frage von euch raus. Und zwar, was sind so die Momente, welche mich so triggern mit meiner Multiple Sklerose? Und ja, ich bin ehrlich, da gibt es im Moment noch zumindest erstens echt viele. Denn mich triggern im Moment vor allem Bilder und Texte. Bilder, ja, vielleicht bekommen quasi, als die Umwelt der Katastrophe war, war ganz groß in der Zeitung, wie unsere noch Kanzlerin Merkel irgendeine Ministergattin gestützt hat, welche MS hat. Und ja, das hat mich doch wieder hart. Er getriggert, bin ich ehrlich. Ich bin so, oh fuck, der Sieg kann nicht mehr so gut laufen und so weiter, wie wird das und so weiter. Ja, das war doch sehr ungut und es hat mich wirklich auch nachts ein bisschen verfolgt. Ich habe wirklich schlecht geschlafen. Nummer zwei ist ganz klar einfach die Abkürzung. Und zwar MS. MS steht halt einfach quasi für sehr, 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 sehr viele Sachen. Auch für Sachen, welche ich sonst in der Vergangenheit auch immer mit MS abgekürzt habe, wie zum Beispiel Microsoft. Hm. Und seitdem ich jetzt die Diagnose habe und so versuche ich, ja, nee, nee, ich kann Microsoft einfach nicht mit MS abkürzen, sondern ich nehme hier einfach das Aktienhandel zur MSFT. Und ja, ich weiß nicht. Es ist, es ist halt immer noch so, ja, quasi, auch wenn es so Zugleichkeiten sind, aber das macht mich zum Beispiel echt fertig. Weil ich, ich kann das Wort MS selbst nicht mehr so sagen, also die Abkürzung und hören kann ich es irgendwie auch nicht. Das ist eine Sache quasi, an der ich wirklich arbeiten muss. Denn, hey, komm, MS heißt noch Millisekunden zum Beispiel. Und es löst jetzt nicht, was nicht so stark ist aus, aber doch immer öfter. Und ja, ich muss hier meine Hemmschwelle und halt meine Schwelle, ab dem es mich vertriggert, echt wieder senken. Ob es mir gelingen wird, weiß ich nicht. Und ich hätte auch wirklich noch nicht so eine Taktik raus. Wenn einer von euch irgendeine Taktik hat, quasi, wie mir diese Schwelle senken kann, nur raus damit bitte. Denn die ist gerade echt ungut. Ansonsten habe ich nächste Woche meinen nächsten Routinecheckup bei meinem Neurologen. Ich hoffe, dass der weiterhin so positiv ist. Ich habe es auch weiterhin wieder geschafft, mehr ins Sport zu gehen, was hoffentlich meinen Blutdruck wieder ein bisschen mehr zusackt. Weil ja, wegen meiner Medis quasi, muss ich halt auch halbwegs fit sein. Also halbwegs zumindest Blutdruck im normalen Bereich haben. Weil durch mein Übergewicht ist es eben länger nicht so wahr. Muss ich eben wieder enden. Weil, wie gesagt, ich mag mein Medikament, er nennt sich Obatio, behalten. Weil es ist wirklich hinterleicht und ich kann es halt auch leicht einnehmen und so weiter. Und vor allem, es ist keine Spritze. Ich habe keinen Bock, mich spritzen zu müssen. Wegen meiner MS. Genau. Aber über das, was werdet ihr eventuell im nächsten Vlog erfahren? Ich weiß es noch nicht. Weil, wie gesagt, Arzt und so sind doch noch mal andere Sachen, was Privatsphäre und so anbelangt. Auf jeden Fall war es auch schweineheiß. Ich bin ein bisschen zu schwarz angezogen für das Wetter. Mir räuft grad der der Schweiß meinen Ellenbogen herab. Und ja, ich werde jetzt noch mal Ess essen gehen. Haha, ich weiß, ich bin übergewichtig Eis. Aber egal, es ist Sommer. Und einmal muss man es einfach auch machen. Ich habe extra noch Laktatpillen gekauft. Also, hab die Ehre. Genießt es schön, wenn es noch so schön ist. Und ja, genießt bitte euer Leben. Denn es kann wirklich sich schneller ändern als ein Bewusstes. Deswegen habe die Ehre. Servus und tata. Ja. Nein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020